Oh, schau mal, sind wir wieder auf dem Floß, oh Gott. Auf dem Floh, F-L-O. Auf dem Floh, Hüß. Auf dem Floß, seinem Floß. Auf dem Floß, oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Was? Sahne? Schokolade? Äh. Äh, ich bekomme die... Äh, 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 äh. Du musst mir's geben und ich muss schneiden. Äh, okay. Dann willst du, äh, ne, Sahne kann ich selber machen. Ach, du kannst es von hier drüben tatsächlich abholen. Müll? Da? Da bin ja fast froh, dass ich's jetzt gerade nicht... Äh. Was mach ich dann damit? Du musst es kochen. Oh nein. Jetzt muss ich's kochen. Äh, was mach ich jetzt damit? Äh, äh, mit Schokolade. Sahne, ach so, Sahne und Schokolade, okay. Komm ich da durch? Ähm. Dann noch mit Sahne. Oh, ich komm an den Topf nicht hin. Äh. Okay, ähm, Tasse, warte. Schau mal, ich komm an den Topf nicht hin. Oh. Oh Gott, ähm. Äh, 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 ich kann das nicht kochen. Äh, ähm, ja, 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 ach so, ich komm nicht hin. Oh, oh, ich kann ja da hin. Äh. Äh, 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 jetzt kann ich's nicht mehr kochen. Ist zwar arschig, das war jetzt der nicht, ich? Dann wird die schön. Äh. Jetzt musstest du wieder kochen. Ah ja. Okay, als nächstes haben wir, ähm, Sahne, Schokolade und Milch. Achtung, dein Ding ist fertig, du musst es vom Topf nehmen. Äh, da kommt drauf Sahne noch, gell? Nein, das kommt in der Tasse auf, auf, äh, du hast drüben nur Tassen bei dir. Und du musst auch die Tassen, hier hinten. Heiliges Blechle. Juh! Okay, als nächstes brauchen wir Sahne, Schokolade und... Okay. Okay, da ist ein Topf. Äh, du musst die... Sag mal, kannst du das wegbringen, wenn ich die Sahne draufgelegt hab jetzt? Ah. Okay, du musst jetzt noch... Oh, warte. Ja. Äh, kann ich auch irgendwo schneiden? Nö, ne? Äh, nein, kannst schon nicht. Ich glaub, jetzt muss noch Sahne drauf, oder? Ne, muss keine Sahne drauf. Ähm, die dreckigen Tassen, ja. Du musst sie aber dann abspülen bei dir. Ja, die Dosen-Daten. Und ich schneid dann wieder Material, was du mir halt gibst. Achso, ja. Ach Gott, äh, wieder ne dreckige Tasse. Also das, sagen wir mal ganz ehrlich, das mit dem Weihnachts... ...kommentiert diesen Special-Dingern. Das ist echt anstrengend. Okay, warte, ich koch jetzt. Ich geb dir jetzt mal wieder was rüber. Hier, äh, da, äh... Achso, die haben noch nix geschafft. Ja, weil meine Geschwieder voll verplant sind. Sicher mal, nix. Schokolade, Schlagsahne, ich brauch Tassen. Jetzt, ich stehe dir nach hinten. Nö, nö, ich bring's dir. Wohin? Alter, sind wir schlecht. Hallo. Ja, das war huschen. Hallo und schönen Abend, ihr gezockt. Schön, dich wiederzuhören, zu sehen, zu lesen. Alles. Wir müssen es ja wohl oder übel nochmal machen. Ja. Oh Gott, dann muss ich wieder voll gefahren. Ja, Mann, sind wir ja, haben wir abgelust. Ich will überall drei Sterne haben, Mann. Ja, drei, es muss jetzt nicht unbedingt sein, aber... Na, Kätzchen, alles klar. Ja, natürlich, schnurr, schnurr. Ähm, du gibst schon Material wieder zum Hacken, danke. Kommt, das Zeug gleich wieder zu dir, ne? Ähm, Jan, kommt, dauert kurz. Na, okay, was geht, alles gut, alles klar, war soweit. Ähm, ich packe schon mal hier die Marshmallows rein. Äh, da kommt nur Schoki-Hard, okay. Die tun wir zu mir. Dann brauchst du die Schoki-Harde, machen wir ein paar von diesen Üblichkeiten. Okay, jetzt kommt's zu mir. Ja. Das ist eigentlich, glaub ich, fertig. Das ist fertig, ja. Nein, Mann. Äh, ja. Ähm, muss ich nur Schlag... Nee, Schlagsaal, da muss keiner drauf. Ich muss Schokolade hier kommen, äh, schnübeln. Kann leider dir nicht helfen. Ja, ich weiß. Ich kann gar nix machen grad. Ähm, ich kipp da gleich dreckiges Geschirr. Ähm, wir haben jetzt nur eins so. Okay, dann machen wir das so. Okay, jetzt kommt eins in die Bahne. Ja, ich hab da Schokolade schon rübergestellt. Und dein Ding wieder, genau. Der steht da, wo ich grad reingefallen bin. Ja, auch schon. Das Lieferanto-Digital sind das Spiels... Ach so, Eke Zock kennst du nicht. Schokolade war hier schon geschnitten. Ich kann ja aber nicht hin von der Ecke. War geschnitten, sorry. Ja, jetzt nicht mehr. Ich schneide. Okay, ist drinnen. Du musst bloß noch auf den Herd stellen. Äh, jetzt muss ich's auf den Herd stellen. Alles klar. Hicks? Kannst du, kann ich das holen? Ja. Okay, ähm... Schoki, Schoki Marshmallows. Ich bräuchte Marshmallows. Oh Gott. Ich kann den Topf nicht mehr auf so den Post. Was, der ist schon fertig? Ja, klar. Okay, ich schneide dir. Ach so, ja, warte. Oh, jetzt hab ich Schokolade schon reingeschmissen. Okay, Schokolade, Marshmallows und... Oh Gott, ihr habt keine Tassen mehr. Ja, weil die steht so blöd an der Kante. Ach so, ne, ich nehm's da mit gleich. So, hier. Das mit der Sprühsahne ist total umständlich. Okay, Marshmallows und Schoki. Oh Gott. Ich brauch noch Marshmallows. Jawohl. Hier. Ich würd's ja gern schneiden für dich, aber... I'm so sorry. Ich schaff schabbern. Oh Gott. Nein! Oh, das schaffst du vielleicht auch nicht mehr. Fünf, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Würde ich das mal sagen. Verdammig. Ja. Ja, verdammig. Wir müssen's... Wir müssen's Wurde-Übel-Nommel machen. Ja. Oh Mann. Es tut mir so leid für die, die zuschauen. Oh Gott. Brandio-Digital. Ja, genau. So in etwa. Das, was vorher kommt, vor der Auslieferung. Also gut, wir machen's jetzt so. Wir machen jetzt ein Rezept nach dem anderen, okay? Ja. Und nicht durcheinander. Ach so. Ich bin sogar da zu blöd zum A drücken. Ich geb dir jetzt erst mal die zweimal Schokolade. Du hackst die gleich. Okay. Äh, ja. Zweimal Schokolade, alles klar. Du hackst die gleich und dann kann ich die gleich in meinen Topf packen. Schau, Erik, das sind zum Beispiel so Level, die man eigentlich zu viert super spielen könnte. Super. Das sind eben so Level, wenn vier Spieler mitspielen, ist das viel einfacher. Weil jeder dann irgendwie was macht. Super. Okay, das heißt jetzt die Zwei... Ja. Tschüss. Tschüss. Kannst du mir mal Tassen geben? Hier ist einmal fertig. Kann ich das so abgeben? Nein, da fehlen Marshmallows. Ah, wie denn? Ja, da musst du mir welche zum Schneiden geben. Ja. Dann stell ich das da hin, damit ich das nicht für kack. Also einmal mit Marshmallows, zack, raus. Der nächste ist, ähm, auch mit Marshmallows und Schlagsahne und Schokolade. Würdest du mir den Topf näher hergeben? Ich kann es so nicht nehmen. Oder füllst du gleich hier in die Tasse. Ja. Hä? Die Marshmallows sind hier drin. Ja, okay. Oh. Hä, das ist das Gesicht, ey. Okay, jetzt Schokolade, Milch und... Nein, ich komme zu dem Topf nicht mehr. Schau mal. Ach du Scheiße. Da musst du einen nehmen. Gib mir Schokolade, gib mir Schokolade. Ich muss was hacken. Nicht da. Alles klar. Also Schokolade, Milch und Schlagsahne. Ich gebe dir hier Schokolade. Äh, dein Schokolade... Dein Milch steht auf dem Herd. Ja, 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 ja. Okay, jetzt habe ich sie. Okay, ich brauche eine Tasse. Lass die Tasse da stehen. Äh, da kann ich sie nicht einfüllen. Du Held. Genau. Äh, Schlagsahne noch. Oh, das war knapp. Ähm, Schokolade, Milch. Schau mal, hier, da kannst du auf den Topf stellen. Äh, auf den... Auf den Herd. Ja, danke. Okay, kocht. Kannst du mir noch mal Schokolade, werde ich nicht. Ja. Da ist einmal heiße Schokolade. Da muss vielleicht noch Sahne dazu oder auch nicht. Ähm, mit... Sahne und Marshmallows. Okay. Ähm, Schokolade und Milch. Ohne die Schokolade und Milch. Die hast du gerade. Ich brauche aber eine Tasse dazu. Achtung, die kocht gleich. Tasse brauchen wir noch. Ja, bin dabei. Oh, Mann. Bitteschön. Okay. Ich kann nichts machen, ich hab nichts. Sorry. Ich hab nichts zum Hacken und gar nichts zu tun. Ich hab gerade auch nichts. Okay. Brauchst du nicht mehr zum Kochen anfangen. Wieso schneid ich dann? Oh Gott, ich will gerade den Kauen nehmen und noch keinen. Ah, 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 ah. Er Satze geschrieben. Ähm, sehr gut. Was ist der Sinn des Spiels? Essen ausliefern, zubereiten. Also quasi Lieferando, genau. Beim nächsten Mal. Alle guten Dinge sind drei, wer weiß. Kann ich verstehen. Das nächste Mal, sag mir eine Stunde vorher Bescheid, dann richte ich mich drauf ein. Hä? Was heißt denn mit Spielen? Ach so. Nee. Meint ja, dass du jetzt sofort hättest mitspielen müssen, aber generell hätten wir dich halt ganz gerne mal dabei. Wir haben es wieder nicht geschafft. Nein. So, let's go. Auf sie jammern, Arschbacken sammkneifen und let's go. Das Problem ist ja, die Lyle ist ja auch nicht da, die ist ja eben, wie gesagt, auch gerade nicht zu Hause, deswegen, ähm, zufurt ist es immer nur, bei solchen Leveln ist es zufurt echt am besten. Okay. Gleich zurück, weg. Oh Mann, echt. Nimm. Und jetzt packst du da rein. Das her. Und jetzt packst du da rein. Okay. Darf ich dir nochmal, Schickhol, wir brauchen nochmal Marshmallows dazu. Ja. Gibst du mir nochmal eine Tasse? Ja. Ist das fertig? Ja, das ist fertig, da müssen aber, glaube ich, auf einem bisschen noch Marshmallows drauf. Ach Gott. Ja, ist das all ready? Also Marshmallow, Schokolade und Sahne, oder? Ja, ist das nächste, genau. Dann brauche ich die Sahne. Okay, da ist die Schokolade. Achso, ich bin der Koch gerade. Ich brauche Milch. Da gebe ich dir da hin. Und dann brauche ich genau die Schlagsahne. Ich stelle hier schon mal die Tasse. Ich brauche dann nachher nur die saubere Tasse. Oh, es ist bei dir. Vorsicht, es ist bei dir. Du musst schon da vom Herd nehmen. Tasse habe ich leider nicht, genau das hast du. Okay, die ist jetzt mit Schlagsahne noch. Okay, als nächstes Milch, Schokolade und Marshmallows. Die ist schon fertig, gib mir die, die Schokolade. Achso, ich sterbe, Entschuldigung. Oh nein. Ah, danke. Milch und Schokolade kochen. Ich hacke schon mal die Marshmallows. Brauche aber dann eine Tasse. Ich lege sie da hin, dann kannst du es gleich in die Tasse packen. Okay. Das ist bei dir. Okay, ich brauche eine Tasse nur. Bitteschön. Dankeschön. Oh Gott, ich muss es gleich vom Herd nehmen. Musst du noch was drauf? Ja, Marshmallows. So, da bin ich nicht hingekommen, leider. Ähm, Schokolade, Marshmallows. Ah, hier muss ich rein. Ah. Du musst erst machen. Ah, ist das ätzend. Schokolade, Milch und Marshmallows. Da, kannst du kochen. Hier, Schokolade bitte noch mal schneiden. Ja. Ich bin gleich zwei Mal, das ist gleich klar. Marshmallows brauche ich noch. Ja, warte. Boah, das ist so anstrengend. Hier haben wir die Dingenshofen. Äh, da kommt... Die Sahne muss da noch drauf und Marshies. Okay, Marshies habe ich. Okay, ähm, als nächstes Schokolade, Milch und Sahne. Warte. Die geschnittenen Schokoladebieter hast du ja genau. Du hast das Zeugzeugzeug. Äh, ich habe keine saubere Tasse. Ja. Äh, Schlagsahne muss drauf. Okay. Ähm, Milch und Schokolade. Nur Milch und Schokolade. Ich brauche noch Milch. Ja, ist Milch. Ja, ist Milch. Tasse. Okay. Okay. Ich habe oft das leider keinen Bock mehr. Bist du noch da? Bella? 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 Vielen Dank.